...und wir sehen uns immer wieder, laufend den ganzen Sommer, uns in dem Tag präsentieren das große Reich... So meine Damen und Herren... Jean-Portis Koch! Ich weiß nicht, das war wie in Kirchbühel. Ich habe nur noch die Verteidigung. Ich weiß nicht, das war wie in Kirchbühel. Ich habe nur die Verteidigung. Ich weiß nicht, das war für mich zu gewinnen, in Stadling, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, denn in drei Tagen ist das viel, aber das ist perfekt. Ja, er war gut in der zweiten Saison. Ich wusste das. Ich versuchte, wie ich in der ersten Saison gemacht habe. Ski in der ersten Saison und attackieren die Helle. Ich habe ein wenig Fehler auf der Oberfläche, aber ich glaube, ich bin sehr gut da unten. Aber ich bin super glücklich mit dem Ergebnis. Und in den 400en, das ist nicht so viel. Aber es ist die Spiel. Und für Svede in der Top 7, was ist es für die Svedische Technikale-Spezialist, das ist so gut, jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben viel gearbeitet und hart in den letzten paar Jahren. Und ich glaube, es ist ein bisschen verletzt. Und wir sehen, dass wir die besten können. Und wir sind gut, Stadling. Und wir sehen, dass wir die Aufmerung haben. das ist ein bisschen über이지 elderly, aber wir die da oben haben. Hallo! Wie haben wir die Aufmerung am Ende der Zeit? A nachher wir haben. Wir sind die Aufmerung. Hier haben wir die Aufmerung im Feld. Wir sind die Aufmerung in die Aufmerung. Wir sind in die Aufmerung. ARD Text im Auftrag von Funk